Boah, das Labyrinth hier. Bist du im Labyrinth? Hey Leute! Was geht? Kann ihr mit? Nina, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt immer so lustig finde. Ich guck so an die Kamera eigentlich. Leute, wir spielen heute Hide and Seek auf einer Pizza-Map. Wir spielen heute Pizza Hide and Seek. Also Verstecken spielen mit Pizza. Keine Ahnung, wie das ganz genau laufen wird. Ich habe die Map auch schon, oder wir haben die Map unten in die Infobox gepackt, in die Videobeschreibung, falls ihr es auch mal zocken wollt. Also es gibt natürlich den Sucher und auch derjenige, der sich versteckt. Was möchtest du sein, Nina? Hier noch kurz im Schild, Floor ist deadly, also der Boden ist tödlich. Nicht drauf gehen. Man kann sowieso nicht drauf. Ich bin der Haider. Okay, du willst dich verstecken. Ja. Und dann gehe ich auf Team Seek. Und jetzt Start? So, jetzt. Ne. Und jetzt ruhig mal Start. Okay. So, ich glaube, du kannst dich jetzt gerade verstecken. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Bildschirm bei mir steht. Ich muss erst mal 30 Sekunden warten. Aber ich habe nichts Bestimmtes, ne? Also keine Pizza oder so jetzt. Nein? Ne. Okay, dann verstecke ich mal irgendwo. Ich muss mich so irgendwo verstecken. Ich habe mich gerade selber angeguckt mit F5, aber... Es ist echt nicht einfach. Ich habe noch 10 Sekunden, dann darf ich suchen. 5, 4, 3, 2, 1 und... Mega laut! Okay. Also auf den Boden darf man nicht gehen, ne? Der ist ja tödlich, habe ich gehört. Ach so. Ah, okay. Genau, auf den Boden darf man, glaube ich, nicht. Und ich such dich jetzt, ne? Ja. Ich habe jetzt 280 Sekunden noch Zeit. Okay. Äh, wo bist denn du? Also ich gucke hier jetzt gerade auf der Pizza, sehe ich dich nicht. Es wird gerade schon wieder gebohrt, also nicht wundern. So, ich gucke mal. Hm. Nina, wo versteckst du dich? Wo versteckst du dich? Du versteckst dich nie nachwürdig. Siehst du mich irgendwie? Nein. Sicher? Wo bist du? Heidas received their fireworks. Okay. Das ist aber noch echt mega viel Zeit, ne? Ja. Man hat ja auch nicht so viel Zeit, sich den ganzen Level anzugucken. Nee. Das Gute ist, man ist auf jeden Fall schneller als sonst unterwegs, das kann ich dir schon sagen. Also man hat hier so ein bisschen Speed dabei. Oh ja. Wo bist du denn? Nina, wo bist du? Das sage ich dir doch nicht. Guck mich mal hier. Aber auf dem Boden kann man nicht, oder? Soweit? Ich weiß nicht. Da stand ich ja, Floor is deadly. Ich habe es nicht probiert, weil ich wollte nicht direkt sterben. Also auf dem Boden bin ich auf jeden Fall nicht. Oh nein, ich wollte jetzt aber nicht hier hin. So. 180 Sekunden hat er noch. Ich kann auch ein Firework zünden. Ich glaube aber dann verrate ich meine Position. Wollte ich gerade sagen. Dann müsstest du halt wieder woanders hin. Als Ablenkungsmanöver. Oder so wahrscheinlich. Wie so ein Leuchttaketer. Kann natürlich auch sein. Ey, wo bist du denn? Ich finde dich doch hier niemals. Voll gut. Ich bleib jetzt auch genau hier. Nina, Pizza, Pizza. Wo bist du die Pizza? Wo ist denn die Pizza hier? Pizza mach mal Piep. Piep. Ich bin die Pizza. Ich habe mich als Pizza getan. Nee, so viel ist gesagt. Ich bin nicht als Pizza oder als irgendwas anderes getan. Wie bei Hight & Seek im klassischen Sinne. Sondern ich bin wirklich meine Figur. Meine Spielfigur. Mein Skin. Was ist Adidas Game Girl? Ja toll, komme ich hier jetzt überhaupt wieder weg? Was ist eigentlich wenn du? Ja, ja. Jetzt bin ich gestorben. Bist du tot? Ja, aber ich spawne jetzt wieder ein paar Sekunden. Ah, Mann! Nina, wo hast du dich noch versteckt? Kann doch nicht sein, dass ich dich hier nicht finde. Dabei kannst du dich normalerweise nicht so gut verstecken. Warte mal. Habe ich etwa was gesehen da? Weiß ich nicht. Das musst du selber wissen, ob du was gesehen hast. Also ich habe nichts gesehen. Oh doch. Ich glaube schon. Ich glaube ich weiß, wo du bist. Warte. Noch 68 Sekunden hat Kan, um mich zu finden. Das kann doch nicht sein. Wo bist du denn? Nein! Noch 59 Sekunden, also jetzt eine Minute in etwa noch. Das ist doch sowas von unfair hier gerade. Soll ich mich zu erkennen geben? Wo bist du? Wo bist du mein Ohr? Sonnenlicht! Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektier nur an dich, damit du schweißt, ich liebe dich. Ein schreckliches So. Den kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Das war damals ein Hit. Ja. Nina, ich hab keine Ahnung, wo du bist. Soll ich kommen? Soll ich ein Firework zünden? Nein, warte, das sind sowieso noch 10 Sekunden. Du darfst aber nicht sagen, wo du warst. Das sagen wir erst am Ende. Okay. Kannst du dann ein Video herausfinden, wenn du es guckst. Ah, nein! Ah doch, ich hab dich jetzt gesehen. Hast du? Ich hab dich gefunden. Wo war ich? Das wird angezeigt. Hier hinter dem Stuhl. Ja. Ja, ich hab dich gesehen. So, okay, jetzt möchte ich mich mal verstecken. Jetzt willst du dich mal verstecken? Ja. Oh Gott, ich find ihn doch bestimmt nicht. Okay. Los geht's. Ich bin der Sucher. Karl ist der Verstecker. Verchecker. Wie, warum ist es hier so dunkel? Du bist, äh, du musst erst mal warten. Achso. Ich hatte voll, warte, wie, muss ich dich jetzt nachts finden? Nein, du darfst ja nicht sehen, wo ich mich verstecke. Deswegen ist jetzt deine Sicht eingeschränkt. Achso, das wusste ich nicht. Ja, ja. Wenn ihr eine Bohrmaschine hört, äh, hier sind wir auch arbeiten. Ich höre nichts. Okay, gleich geht's los. Mal gucken, ob du mich finden wirst. Da kriegt man schon ein bisschen Angst, oder? Ich hab ihn gar nicht. Jetzt hast du vor allem auch mein super Versteck gewusst, sonst hätte ich mich dann nächste Runde nochmal versteckt. Tja, so einfach geht das nicht, Nina. Haben wir schon was Besseres her? Hab ich ja gerade was gesehen? Ne. Ich suche ja etwas Rotes und ich hatte gerade etwas Rotes gesehen. Ja, da hast du direkt gedacht, das ist der Kahn, ne? Das ist der Kahn. Ne, ich glaub, da kann ich nicht hin. Ich konnte nicht auch das. Nina, du musst weitersuchen. Ich hab jetzt auch mein Firework erhalten, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich... Ich suche weiter. Ich hatte gerade nur, äh, ein Gespräch mit einem Handwerker. Ja, wir haben kurz sowieso gecuttet. Alles gut. Ja, ja. Du hast halt nur ein bisschen weniger Zeit gerade. Ja, es ist auch echt nicht einfach... Oh, ich darf ihn nicht runterfallen. Kahn könnte überall sein. Wie soll man den hier finden? Hast du mich denn schon gesehen? Ich hab ein Firework gestartet. Wie, was? Ach so. Ähm, das heißt, du hast zehn Sekunden weniger Zeit. Das macht das Firework. Aber ich hab's nicht gesehen, wo es gezündet wurde. Ja, ist auch nichts. Das ist nur ein Befehl, sozusagen. Ach so, das heißt nicht, wie so ein Super-Kate war. Ja, du kannst es beim nächsten Mal auch auf jeden Fall nutzen in der nächsten Runde. Nein, das ist ja so ein bisschen wie ein Parcours hier. Ich behaupte mal, mich wirst du nicht finden können. Das werden wir noch sehen. Ne, auf gar keinen Fall. Null. 0,0. Das ist das beste Versteck bei Pizza-Height-Entsieg jemals. Pizza-Verstecken spielen. Hm. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich kann mir aber vorstellen, dass Kahn da irgendwie versteckt ist. Wow. Du hast jetzt gleich noch zwei Minuten Zeit. Ich wurde teleportiert. Also ich gehe mal davon aus, dass du dich nicht auf dem Stuhl versteckt hast. Das wäre zu lang. Wenn du jetzt auf allen Stühlen suchst, dann kann ich dir sagen, deine Suche wird vergebens sein. Hätte ich mir schon gedacht. Kann ich dir jetzt schon sagen. Oh, was ist das? Du wirst mich niemals finden. Oh, was ist das Labyrinth hier? Bist du im Labyrinth? Ich finde hier selber den Ausweg nicht mehr. Was für ein Labyrinth? Ein unterrisches Labyrinth. Oh, jetzt habe ich es verraten. Ja, ich habe ihn gewonnen. Nein. Ich bin so gut. Also, wie bist du da hingekommen? Ja, da war eine Falltür. Na gut, ich will noch eine Runde. Oh mein Gott, ich habe ihn gewonnen. Ich bin wieder der Sucher. Let's go. Das ist jetzt ein bisschen wütend. Ja, weil du bist beim ersten Mal bist du vorbeigelaufen. Ich dachte, okay, die sieht die Tür wahrscheinlich nicht. Ich war mir nicht sicher, ob man die Tür öffnen kann. Da war ich mir nicht sicher. Jetzt ist sie mal nicht geöffnet. Also steht 2 zu 0 für Nina. Hey, hey, hey. Du musst hier jetzt aber nicht rumpupsen. Hörst du es auch? Ja, ich habe den Furz gehört. Ich bin, muss ich schon versteckt sein. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja. Oh nein. Ich bin noch nicht so weit. Mann, du hast mich schon gesehen. Das hat nicht wahrgenommen. Ah, ich schaue an. Jetzt schmieren wir fangen. Jetzt schmieren wir fangen mit Nina. Oh nein. Ich wollte da oben hoch und ich hatte nicht genug Zeit. Das war mies. Ich war noch nicht mal versteckt. So, 2, 1. Das heißt, wir wechseln wieder. Das zählt nicht. Natürlich zählt das. Natürlich zählt das nicht. Natürlich. So, ich verstecke mich wieder. Ich werde das mal Tee trinken. Apfeltee. Es ist ja eh dunkel. Ich kann hier gerade nichts machen, weil Kahn sich ja verstecken muss. Ah. Nein, 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 nein. Na? Weißt du wo ich bin? Dann such mal weiter, Madame. ich sage wieder du findest mich nicht das hast du immer auch schon gesagt du findest mich wieder nicht sag ich dir jetzt safe du findest mich nicht nina ganz vergessen forget it dass ich überhaupt beim pizzerheit sieg überhaupt nur zwei guten verloren habe unfassbar also ich würde an deiner stelle mal da suchen wo es heiß ist wo es heiß ist oder auch kalt so du hast zehn sekunden weniger zeit weil ich mein feuer bekommen habe ich habe gar nicht gestatt gehabt ja weil das kommt auch erst nach 40 oder 50 kunden oder so oder nach der ersten mutter ja ich auch nicht dachte erst ich dachte auch erst damit macht man sich sozusagen kändlich natürlich nicht schön na wie sieht es aus war das eigentlich ein ernst gemeinter tipp mit heiß und kalt oder nicht was weiß ich sind in der küche wie kann ich da heiß und kalt was ist der heiß und kalt ja ok ofen jetzt gibt es hier den kühlschrank ja aber es gibt so wasser quellen okay ja stimmt ich habe irgendwas gehört ja das war ich ja das hört man immer wenn bis gestorben ja ja okay das hört man auf jeden fall dann anscheinend das ist so gleich aber wie sport beim pizza halt entzieht pizza versteckspiel ist wirklich ziemlich cool ich hoffe finden mehr so welche maps wo man sich in so ganz ganz große maps verstecken das macht ja nicht viel spaß man schon wieder gestorben ja richtig schade eigentlich nicht doch ich war im kühlschrank gerade ich habe hier sogar so ein hubba boba das könnte ich eigentlich jetzt nicht was ich nehme jetzt so ein hubba boba ich feiere meinen erfolg schon mal mit einem apfel hubba boba ich habe gerade apfeltee getrunken das ist fast genauso team hubba boba ab in den kommentaren so einfach lecker lecker schmecker ich habe das auch noch so crazy jetzt kannst du die mit den zehn und so ja wo man das unsere pulver reintrunken kann und ein xxl was habe ich noch von diesem adventskalender video von spielen mit kinderspielzeug dass ihr das noch nicht gesehen hat hashtag keine werbung ich komme nicht mehr eine halbe minute ja ich hoffe doch es macht spaß ist das autotune ja oh nina oh nina ich verstecke mich eventuell in einer pizza oder auch nicht aber pizza warum komme ich da nicht hoch parcours war noch nie mein ding ich weiß gar nicht so und jetzt will ich da oben hoch 50 sekunden in ninas leben spielen eine sehr wichtige rolle hat er das nochmal gemacht ich weiß nicht nina 30 sekunden genau jetzt keine ahnung wo kann er sein der level ist doch ganz schön groß wenn man die ganzen versteckten sachen findet und wo warst du wo warst du denn siehst du mich nicht ne du hast ja so ein paar sekunden zeit mich zu sehen ja aber ich war nicht ich sehe dich überhaupt nicht ja da hinten warst du ich habe ein sehr gutes versteck an also warst du doch im kühlschrank es steht 2 zu 2 ich bin nochmal der sucher warst du im kühlschrank ja war ich da war ich auch aber da habe ich dich nicht gesehen ja nina an einer stelle würde ich mal ein richtig gutes versteck wählen das problem ich weiß ich weiß jetzt natürlich nicht ob du mein versteck von eben nochmal nehmen wirst Ich glaube eher nicht. Oder doch? Zwei, eins, go! Let's go! Was ist? Was lachst du? Ja, weil es schon wieder blöd ist. Wirst du immer noch am Suchen, oder was? Nee. Ich muss jetzt hier 260 Sekunden auf Kern warten. Und währenddessen trinke ich meinen Tee. Also abwarten und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken, ne? Nee, Apfeltee. Weil du ja einen Apfelhubba Bubba hast, habe ich jetzt einen Apfeltee. So, wo bist du, Nina? Dich kriege ich doch. Ich hab das vorher weggezündet. Ich hoffe nicht, dass du es gesehen hast. Hm. Bin ich. Nein! Ich hätte mir ein besseres Versteck aussuchen sollen. Das Ding ist, man kann das Feuerwerk sehen. Also doch! Wir wären zwar 10 Sekunden abgezogen, aber ich habe gesehen, wo das Feuerwerk hochgegangen ist. Ich dachte, das kann man nicht sehen. Dann hätte ich es nicht gezündet. Tja. Ich wusste auch nicht, da du es bisher noch nie gesehen hast. Es steht 3-2 für mich. Wir kommen zur letzten Runde. Ich bin nochmal der, der sich versteckt. Entweder du kannst ausgleichen, oder ich gewinne dieses Ding hier. Ich fand mein Versteck am besten mit dem Stuhl. Und du im Schrank war es auch sehr witzig. Okay, ich habe mein Versteck. Hast du? Ja. Mal gucken, ob du mich finden wirst. Finde ich ziemlich gut mal wieder. Also hier gibt es echt viele Versteckmöglichkeiten, muss ich schon sagen. Hm. Hm. Warst du das? Ja. Da könntest du das ja machen. Achso, ich dachte, das wäre ein Feuerwerk. War das kein Feuerwerk, was du gerade gezündet hast? Ne, das war teleportiert. Achso, stimmt. Ja, stimmt. Das hört man ja die ganze Zeit schon an. Das ist ja... Das ist ja was Feines. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Ja gut, nachdem ich das jetzt natürlich gesehen habe mit dem Feuerwerk. Lass sie es doch sein, glaube ich. Da warte ich die 10 Sekunden lieber ab. Safe. Safe, 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 safe. Bei Pizza High and Seek. Stecker. Die Runde geht an mich. Aber sowas von. Aber warten wir erst mal ab. Ne, ne. Ne, 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 ne. Ich habe mein Feuerwerk bekommen, aber das wird nicht gezündet. Das sage ich an, an, an. Wir werden das jetzt öfter hören, wenn ich am warten bin, wenn ich safe beatboxen. Und das nicht gut, wie ihr bereits bemerkt habt. Ja gut, ich bin auf dem Trampolin. Ich komme nicht hier weg, ich muss sterben. Ich muss sterben gehen. Ich sehe schon die Leute. Also mich würde das mega aufregen. Ich hasse es, wenn jemand so beatboxt oder singt und er kann es. Dann kriege ich immer echt zu viel. Aber gut, ich kann es ja. Deswegen mache ich weiter. Ah ja. Mann, ich komme hier an die Leiter ran. Nina. Hallöschön, hier ist T-Paint. Hier, mach mal das Feuerwerk. Ne. Safe nicht. Safe, nein. Ich gebe dir die letzten, in den letzten 30 Sekunden. Also, wenn ich von 40 auf 30 runtergehe, dann gebe ich dir die Möglichkeit. Vorher nicht. Wo steckt der kleine Zwiebelkopf? In einer Zwiebel? Hm. Könnte sein. Du hast noch etwas über 2 Minuten Zeit. Nina. 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 Auf ganz hoher Frequenz. Nina, wo bist du? Drück além. Du wirst, so ruhig. Du wartest eher auf mein Feuerwerk. Ku denn das sein? Nein, ich bin konzentriert. Ja ja, bla bla bla. Jaja bla 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 bla. Mich wirst du nicht finden. Ich bin ein Profi was das Verstecken angeht. Das kann ich ganz gut mich vor Sachen verstecken. Sei es jetzt im privaten Leben oder hier bei Minecraft Science. Karl, mach sofort dein Zimmer auf und schon hat er die Fluchtencke. Schon bin ich im Schrank. Invisible. Invisible Mode. So, noch 8 Sekunden. Hast du es gesehen? Nee. Habe ich mich verraten? Sei ehrlich. Ich glaube nicht, ich habe es nicht gesehen. Oh, wo ist er nur? Mann. Ich finde dich nicht. Ich mache gerade so einen Volleyball-Tanz. Das kann ich leider nicht sehen. 20. Nina, ich glaube, diese Runde verlierst du heute. Ich glaube auch. Pizza, heiden Sieg. Pizza, heiden Sieg. Pizza, heiden Sieg. Pizza, heiden Sieg. Fünf, vier, zwei, zwei, eins. Da, 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 da. Ich habe gewonnen. Da warst du? Ja. Wo bist du denn? Hä, wo ist denn ein Versteckchen in so einem Loch? Ja, ich war in dem Schokokuchen hier. Oder was das auch ist. Ah. Hier, Hallöschön. Also wieder in so einer Falltür, okay. Ja, Leute, das war Pizza, heiden Sieg. Finde ich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oder, Nina? Ja, war cool. Ja, war auch cool, dass ich 4 zu 2 die Runde hier gewinne. Ihr könnt ja mal die Kommentare schreiben, welche Verstecke ihr besser fandet. Oder welches ihr am besten fandet. Meins natürlich. Das im Schrank war ritzig. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten, gar kein Problem. Falls ihr es selber zocken wollt, für 13.2, 1.13.2. Die Map ist unten in der Videobeschreibung, in der Videobox. Also unter dem Video, wenn ihr ausklappt. Ihr wisst Bescheid. Leute, Glocke aktivieren, abonnieren, kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.